damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von ltt let's trash together mit dommige ja ja und big daddy oh ja ich habe bei der anmod voll nicht in die kamera geguckt sondern auf den bildschirm weil ich angst habe dass kein ich muss anfangen ich wollte gerade vorlesen das ist sehr dumm ich habe nichts zum eintippen alte ich überhaupt nicht überlegt mal langsam gut ganz schatten okay das ist nämlich ein tor das ist ein ja das ist richtig schön kraftum ich war zuerst richtig schön jetzt geht es ab weiter das war doch nicht gut gemalt das ist doch nicht gut ihr habt ihr okay was nämlich doch ein bisschen schwerer ich hab's nur weil heiko waren beste mit v in dem chat geschrieben ja so wie vollbraindet aber er redet so richtig schnell so Sachen die richtig merkwürdig sind so sternhagelvoll sagst du sternhagelvoll hat er das auch erraten? ja klar 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 was soll das sein? das musst du herausfinden achso das wusste ich nicht achso ich weiß nein man das ist nicht dein ernst das finde ich nicht in ordnung ich sag ich weiß und ich weiß es dann musst du mir Zeit lassen das zu schreiben und kannst es nicht erst erstes schreiben das ist voll unfair das ist ein richtiger Rage man okay wird fertig alter voll übersteuert ups Entschuldigung das ist sowas für ne Sonne oh ne das ist äh ich weiß so lass mir Zeit das einzutippen schade ich weiß doch nicht das erste mal wo ich's denn doch nicht wusste das ist doch alles unfair was soll das denn sein? keine Ahnung alter was ist das denn? ja halt ich auch nicht warte bitte? bitte? ist das ein Franzose? äh ja was ist das der blau? äh was ist denn das? alter alter das das plus fertig eine Katzennase mit Schnurrhaar plus einen Menschen das ist ein Sonnenmann hahahaha doch mal Leuchten mit der Aufnahme das hihihi nein also sind das Katzenschnurrhaare? nein das ist ja ein Tier eine Spinne ja jetzt sag doch nicht ja jetzt hast du's verlaufen ja das kannst du nicht ja das kannst du nicht ah ich weiß es gewonnen hä ach so alter ne du bist ja der lusteste lustboy von lustigkeit alter das sieht ja so scheiß aus man hä 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 das sieht aus wie eine Sonne die den zum schwitzen bringt alter wie soll ich was ist denn warum ist das denn eine Sonne? nicht machbar okay ok guck mal Heiko ich habe fünf Punkte mehr als du das ist auch ein bisschen schwierig aber das kriegt der Handy ich spiele nicht das ist was für uns das ist mein Fachgebiet oh schwierig ja ey Heiko das ist der Bro-Tröster das ist ein gusseisentopf ich bin einfach so klug am schluss das ist das master das ist besser ja und dann bisschen anders eine andere wort art ich schreibe hier auch so scheiße ich muss auch mein mikro rumschreiben also ich habe nie das perfekte setup leute das war sehr spontan okay dann pfeil auf dich hält doch nicht euer ernst ich war noch nicht fertig das ist unfair das sind so insider da kann ich nicht mithalten was ist das für ein insider weil doggy direkt wusste dass du dich immer hammer nennst aber nicht ich nenne mich nicht hammer unfair das war der perfekte hammer unfair das ist ein fußball wo wird da geschrieben das funktioniert nicht aber kurze frage fußball haben das mit diesem kopf doppel s als ob dieses wort in der schweiz nicht existiert ja das wort schon aber das was ich gewalt habe kennt er nicht ich übersteuervoll war ich habe es extra leiser geschaltet das ist das ist eine ziege aber ob du das das ding ist ich habe es nicht mal daran erkannt dass es eine ziege sein soll sondern einfach durch den zusammenhang verstanden das ist absolut keine ziege das ist einfach ein maskottchen alter ich habe selten so ein schlechtes maskottchen gesehen wie das das ist echt scheiße ich möchte hier keine gerüchte streuen war das so einfach das mache ich ich schätze schon mal dass es das maskottchen ist oder also es gibt zwei varianten das zu malen ich mache jetzt erstmal ganz obligatorisch ein bisschen hässlich sowas ähm bisschen hässlich ähm bisschen hässlich okay irgendwie so oh das sieht echt nicht schön aus was ist das ist ein geist das geht ach es ist in ordnung noch das ist Rapunzel okay so kann man es malen oder ich mache jetzt eine neue zeichnung daneben so kann man es auch malen das ist so super das ist so gut gewalt kapiere ich absolut nicht alter das verstehst du nicht sind das vögel das ist ja ja also solche wörter benutze ich nicht ja ich wollte was schwereres nehmen die anderen waren viel zu einfach das war so zauberstab oder so das war ja mega easy gewesen hast du gesagt du das ist was schwereres du hast mir am anfang gesagt okay das ist mega leicht ja ich habe mich auch auf dieses mega leicht verlassen habe ich das gesagt das sage ich irgendwie immer ich sage ich nehme was schwereres oh das ist mega leicht eigentlich auch weil ich so gut gemalt habe habe ich natürlich gesagt das ist mega leicht okay ja war schön war echt gut finde ich was soll das sein naja ich bezweifle das apropos sehr gut wie findet ihr meine zeichnungsgünste gefängnis ne da kenne ich nichts draus doch da fehlt mir noch der zusammenhang was sollte das sein doch naja ähhh nicht dein ernst domi wie ich kann auch mal gewinnen ja das soll eigentlich so ein steingedöns sein was ist das ja das möchte ich jetzt im nachhinein auch hier ich fühle es noch ein bisschen aus das ist ein garten man es ist doch schlecht ihr könnt dann einmal nicht was sind ein brunnen das hat er ich habe das ganz anders gedacht das ist ein gartenschlauch und so das habe ich absolut nicht verstanden das möchte ich nichts mehr bitte anders sehen danke okay ein haus ne verstehe ich auch nicht was soll das denn sein also ist das ein mensch ist das ein vogel ist es ein dino ein t-rex ja ist ein t-rex hat aber da hat aber nichts und langen schwanz also das verstehe ich das haus vom dino wohnt in ein t-rex quasi und wieso sitzt er auf eine reißzwecke wie sagt man dem ja ist das eine figur genau darum geht es eigentlich müsstest du jetzt haben denken wir sind hier ja ich da also ich hatte so die idee dass hier ist jetzt nur ich kann auch nicht einmal also das ist jetzt enttäuscht irgendwie ich bin so gespannt auf die auflösung zu fliegen wieso steht in der 2020 das habe ich wirklich aus dem konzept gebracht weil ihr geredet habt darüber wo er wohnt der t-rex in der höhle ich dachte in der höhle der t-rex in der höhle der wahrscheinlich nicht mehr höhle der überrasch das ist schwer dann kommt ja nicht drauf ich finde es voll gemein dass sie das jetzt nicht erraten habt ja ich finde es voll gemein dass du so erbärmlich das ist ein bisschen zu groß geworden noch eins zwei drei vier fünf sechs konzentration kein krokodil nicht schlecht voll das falsche ziel dachte ich aber es sieht ein bisschen aus wie das lacoste zeichen oder ja schon auf einem türkischen bazar würdest du mit dem dort kommen ja was mache ich denn jetzt noch so ein crow deal du bist auch ein kleines crow deal ich mal noch ein paar mehr das finde ich aber jetzt nicht in ordnung dass du das nicht erraten hast also also ich wollte also schon gut gewesen ich will es nur sagen nein ha ha ich bin so gut und man chill doch mal ich wollte noch fertig machen macht immer keinen spaß ja du darfst nicht so einfach wahrnehmen ich glaube das hatten wir schon mal mal selber noch mal so oh 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 nein ist das ein auto ist das nicht so einfach wie schreibt man jetzt so nein nein ich hab mich verschrieben ich war zu langsam damn ey das war nicht zu 100% schon mal dieses Jahr oh man ich weiß wie süß denn das sieht oh oh hm boah das ist alles gar nicht so einfach äh wie soll ich das denn jetzt mal okay Das kann etwas nicht einfach sein mit fünf Buchstaben. Das ist wirklich nicht so einfach. Meinst du, sie macht da extra so die Augen, damit sie so ein bisschen schimmern im Licht? Mhm. Mhm. Ja. Ja. Äh. Äh. Oder? Ja. Ich weiß, was das ist. Ich ziehe das so aus. Nee, eher dir. Äh. Ich grüße die gute Kommentare wie äh. Mit all, es geht mit all los. Das ist ein... Auf feeln. Okay. Okay. Jetzt mal ich, was, was helfen soll. Als ob das alles nicht irgendwie zielführend sein soll. Aber wie. Äh, das war nicht so gut. Okay, jawohl. Das war nicht so gut, aber egal. Aha. Okay. Das sind Fernseher, oder? Ja. Oh, das sieht gar nicht so scheiße aus mehr. Äh. Äh. Oh. Ja. 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 Ja, Mann. Ach. Geil. Das Wort, kenne ich das Wort, Hatecore? Nee, du kennst wahrscheinlich eher das Wort mit H. Aber theoretisch kennst du es vielleicht. Ja, doch schon. Äh. 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 Ich weiß nicht, wie ich es meinen soll. Das ist echt nichts für mich. Das ist halt echt schwierig. Und das ist halt nicht so dein Ding, Domi. Ein paar Tentakeln oder so. Ich geb... Nee, dann wäre es das mit H. Okay. Das mit Hentai. Seid ihr bereit. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Rausgarten, schade. Jetzt hast du mehr Mühe. Nö. Quatsch. So soll ich das rausschneiden? Fertig. Äh, Karsten? Dann hätt ich einen Pfeil auf mich gemacht. Das finde ich auch nicht in Ordnung, dass du das schon wieder erraten hast jetzt. Mann, ey, ich wollte noch die rechten Winkel einfach. Ja, das finde ich nicht in Ordnung. Insbesondere, leid ich. Tja. So ist das heutzutage mit den Frauen. Wieso bist du Platz 2? Das kann gar nicht sein. Nö. Was soll denn das für ein Kickel sein? Hahaha. Ey, Kacke. Krieg das voll nicht hin. Man sieht, das ist eine Eins. Hahaha. Kacke. Hahaha. Was wird das? Ich hatte voll den Plan. Ich hatte voll den Plan. Das ist ein Haus. Das ist ein Pfeil. Das ist ein Teppich. Was wird das? Ne. Das ist eine Pyramide. Boah, ja. Das ist ein X in der Pyramide. Ja. Oh, du verwirrst immer mehr. Werde auf zu zeichnen. Ja, jetzt bin ich. Hoffentlich eben musste ich noch. Alter, nee. Das ist, ich bin so überfordert in meinem Kopf. Das ist ein Drachen. Ähm. Ja, sieht so aus, oder? Ein Drachenhaus? Ein Drachenhaus? Was? Was will das? Je mehr du zeichnest, desto schlechter wird das. Das wird immer schlimmer. Ah, ich weiß es. Ich weiß es. Ne, ne, du weißt es nicht. Fuck. Ja, ja. Was meint denn der? Wäsche. Oh nein, das wirst du rausschneiden, wenn das nicht das ist. Was ist es denn? Das google ich. Oh, ein Glück, das ist es. Was denn? Egal, bekommst du jetzt mal einen Dislike. Was denn? Das geht hier rum. Ja, es ist nicht sonderlich gut. Ach so. Ist ja gut zu wissen. Wieso Pi? Was könnte Pi sein? Wäsche. Ich habe tatsächlich daran gedacht, aber ich wusste gar nicht wie es heißt. Noch nie in meinem erbärmlichen Leben habe ich dieses Wort gehört. Aber das ist ja nicht das. Das ist ja nicht das. Natürlich ist das das. Es kommt doch so von oben. Das ist doch anders gemalt. Noch nie gehört. Was ist das zu 100%? Google das. Ich weiß nicht, was ich meinen soll davon. Ich mal das. Ist doch für draußen so ein Ding, was du hinstellen kannst? Nein. Okay. Das war nicht gut umgesetzt von mir, wie ich das malen wollte. Ein Sonne. Es ist ein Schneemann. Das ist ein. Das ist ein. Ich mag es, wie du es immer sagst. Weil es ist der andere jetzt endlich auch. Ja, ich weiß, dass eh alles falsch ist. Aber du hast es schon ganz oft richtig gemacht und dann wusste das der andere. Das ist dein Huhn, Baby. Wie ist das denn aus? Das sieht irgendwie süß aus. Das ist schon cute, oder? Okay. Ähm. Jetzt kommt der andere. Chubby. Hä? Hä? Oh nein. Was ist das denn jetzt da? Das ist das mit Ostern zu tun. Glaube ja. Ähm, ne. Was für ein deutsches Wort hat er denn Y-N-A-Wenn? Okay. Boah, ich will nicht Zeit. Ähm. Aber das ist ein Hase. Ja. Ja. Der steckt dem ein Möhrchen in den Arsch. Nein. Es geht da drauf. Erratet. Das ist so gut. Oh Mann. Ach. Oh. Sweetie. Also ist der noch nicht ausgestorben? Nein. Wisst ihr, warum ich verliere? Weil ich die schweren Sachen nehme und ihr das nicht erratet, weil ihr scheiße seid. Oh. 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 Das macht voll fauschen Kasten in den Schellen. Weiß ich nicht. Es passt nicht lange. Ich muss ja zeichnen, saug doch was. Okay. Du musst zeichnen. Danke. Bitte. Zack. 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 Woho. First time. Ähm. Nikolaus. Tobi verschneller so sogar. Äh. 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 Nicht. Dein. Scheiß Ernst. Nein. Das kannst du nicht erraten. Nein. Das kannst du nicht erraten. Nein. Ich kann doch wissen, was du damit versuchst zu malen, wenn es nicht der Zaun ist. Das ist der Titel. Wie du einfach Titel ist. Es ist nicht der Zaun. Er ist ja offensichtlich, was er versucht zu malen. Ähm. Ist es nicht. Wie? Ich wäre selbstsicht darauf gekommen. Okay, wenn Domi sagt es ja offensichtlich und dann denk ich mir so Zaun und Haus und dann denk ich mir Garten. Bäh. Aber trotzdem unfair. Ja, ich meine natürlich, das war übelst krass gezeichnet. Oh je. Oh je. Okay. Okay. Was ist das? Das ist mal eine Haare. Warum lachst du eigentlich immer so? Eine Burka. Oh, ich weiß es. Nein. Eine Ritterbruck ist es nicht. Warum lachst du denn so? Ein Burkslolei. Oh, ist gut oder? Das ist eine gute Idee. Das ist eine Zitadelle. Ne. Ach Domi, was wird denn das nicht? So, das ist jetzt. Ne. Falti. Danke. Ich will ein anderes Wort. Ah, ich habe zu viel mal die Shift-Taste verwendet. Ne. Das sage ich doch nicht mehr. Was soll das sein, Domi? Bitte male gut. Einmal. Oh. Das ist jetzt schon das zweite, was ihr nicht erlaubt müsst ihr zeigen. Oh Mann, oh ja. Das ist eine Heile und das nicht und. Was? So ist das Teil mittlerweile. Ich war wieder ein schönes, wir sind hier. Zerfallen. Oh nein, das ist nicht gut. Ich kann das nicht. Ich war auch mit das Wort genommen. Das, also das ist wirklich kacke. Jetzt sagen wir dann gleich, ohhhh, wenn das Wort kommt. Burgruine? Really? Really? Das war ja wohl eindeutig ne Burgruine. Ja, Misty, ich rede einfach gar nicht mehr mit euch. Ich möchte euch mal ne Burgruine malen sehen. Ey, das war doch wie auch ich. Das war echt. Du versuchst dich da rauszunehmen. Er ist einfach nur schlecht. Ja, das war auch nicht so gut, muss ich tatsächlich sagen. Fertig. Das ist so. Der chillt doch mal. Oh Mann, das ist so tof, ich kann immer einfache Sachen nehmen, dann ratet ihr das, aber das ist doch viel zu langweilig. Das ist doch nicht langweilig, ist doch spaßig. Ne. Naja. Naja, ich kann auch ne Burgruine nehmen. Da würden sie dann klasse malen. Richtig klasse. Hör auf zu schummeln, du kannst doch gar nicht raten, dass das ein Kasten ist und schreibst Kasten in den Chat. Aber das passt doch gar nicht von der Länge. So macht das viel keinen Spaß. Es ist nur... Es ist nur lustig. So macht das keinen Spaß. In der Zeit, wo du das geschrieben hast, hätte ich das jetzt vielleicht erraten. Was hättest du dann gemacht? Geweint? Da wäre ich total wütend. Das ist doch alles schon wieder nicht sinnvoll, was du da malst. Bitte, Philipp. Ist das wieder ein Bohnen? Ne. Ist das ne Milchschnitte? Ich glaub, das ist ein schmutziges Österreich-Schild. Oh, das könnte auch sein. So. 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 Aha. Was soll das? Ja, ich will ja nichts draufschreiben. Das wäre geschummelt. Ja. Soll ich Schrift darstellen. Ich weiß es. Oh, geil. Nein. Das ist nicht der Ernst. Meine Uhr hat nicht funktioniert. Meine Uhr hat nicht funktioniert. Das ist unfair. Das ist unfair. Das ist unfair. Ist das geil. Nö. Das ist nö. 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 Nein. Scheiße, Kaya Marlin ist noch zwei... Äh, 20 Punkte. Ne, 10 Punkte. Ich spiele das nicht mehr mit euch. Ne, die Würde nehme ich nicht. Ja. Ich dachte, wir spielen das bis unser Lebensende, Mann. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Das macht kein was. Ich stelle jetzt meine Tastatur um. Ich stelle jetzt meine Tastatur um. Das werdet ihr wieder nicht erraten. Ich töte. Ich kann das nicht in Ordnung. Ich kann nicht schnell genug tippen. Ich kann nicht vernünftig tippen. Nö. So. Keine Ahnung. Ich möchte hier niemandem zu nahe treten. Nutte. Oha. Oh, Entschuldigung. So. Das ist bis jetzt mal so ein Mann, würde ich sagen. Ja. Was wird denn das jetzt? Ich weiß wirklich nicht, wie das... Ich wollte kein Wort nehmen. Jetzt habe ich das automatisch bekommen. Äh. Ich wollte kein Wort nehmen. So funktioniert das Spiel nicht damit. Ich kann es nicht malen. Ich weiß nicht, was ich hier malen soll. Du mich schreibst mal auf WhatsApp. Ich brauche mal... Nein. Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich, äh... Das ist ein doofi, Manni. Das ist... Ich habe keine Ahnung. Das Hate-Oa. Ne. Sorry. Das muss weg. Das muss weg. Das ist kein... Das ist echt... Ich habe es nicht mal versucht, Alter. Ich kann es einfach nicht malen. Das ist ein... T-Shirt. Ja. Das ist... Oh, das schaut mal klein. Okay. Ich kann schon mal ein A. Ja, das ist gut. Okay. Ich sage... Oh, N, F. Oh, hier, hier. Was ist das für... Oh. Oh. Ich weiß es. Nein. Oh, Mann. Sorry, aber... Das hätte ich mich... Nein. Ich möchte gar nicht drüber reden. Aufwerten. Oh. Oh. Oh, meine Facecam ist aus. Und wieder an. Da hat sogar die Facecam keinen Bock mehr. Da hat sogar die Facecam. Wenn die Facecam ausgeht, dann kannst du die letzten fünf Minuten, glaube ich, rausschneiden. Nein, 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 nein. Hier wird nichts raus geschehen. Hier wird gar nichts raus geschehen. Hier wird gar nichts raus geschehen. Aufwerten. Ich fand deine Interpretation von Aufwerten sehr interessant. Ja, theoretisch. Ich wollte einen schlechten Fußballspieler nehmen und dann... Und rechts wollte ich Messi oder so hinschreiben und dann aufwerten, wenn du den rechten willst. Echter, wie wolltest du das denn mal? Also... Ja, mir ist wirklich kein schlechter Fußballspieler eingefallen. Das war mein größtes Problem. Und dir ist nicht aufgefallen, Zahlen zu nehmen oder so? Wegen Werten und dann vielleicht von... Nö, das ist mir... Ich war zu verärgert darüber, dass ich das nicht malen kann. Ich habe noch kein Eis hier. Oh, nee, das ist voll geschmolzen. Oh, kacke. Oh, Mann. Also, wenn ihr das Video bis jetzt geschaut habt, dann schreibt Eis in die Kommentare. Oh, nee, schreibt geschmolzen in die Kommentare. Das finde ich besser. Schreibt geschmolzen. Schreibt das mit CZ? Ich habe drei... Ich habe drei Wörter gemalt und ihr habt sie... Also, dreimal von fünf Runden oder so... Ne, sieben Runden habt ihr meine Wörter nicht erkannt. Hier, weil es auch schlecht war. Jetzt ist die Frage, an wem liegt's. Das ist die Frage, ja? Aber Domi rät... 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 Ja, sehr oft auch sehr schnell Dinge. Also, vielleicht sollte er bei seinen eigenen Bildern selber raten und dann würde er es sehr schnell raten. Ich... Ich bin halt einfach... Einfach dafür, dass ich nur noch rate. Also, ihr malen, ich rate, dann mache ich mit. Ah, okay. Ja, das klingt nach Spaß. Das machen wir. Ja. Alles klar. Ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut bei den Jungs vorbei und kommentiert gerne, was ihr von Domi's Gemälden haltet. Und ansonsten, hier sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Klingt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und, äh... Ja, ansonsten würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut. Macht's besser. Und tschüss. 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 Ja, schön, jetzt will ich noch welche負璧